Ja, also herzlich willkommen zu einer ungewöhnlichen Fraktionssitzung heute, die wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in einem Videokonferenzformat machen. Das haben wir letzte Woche schon getestet und das hat sich als sehr praktikabel erwiesen. Und deswegen wird es dann auch so sein, dass nur Alexander Dobrindt und ich und die parlamentarischen Geschäftsführer im Fraktionssitzungssaal sitzen werden. Die Kolleginnen und Kollegen sind hier in Berlin oder noch in ihren Wahlkreisen entsprechend zugeschaltet. Uns ist das wichtig, dass wir als Fraktion wieder zusammenkommen können. Uns ist es wichtig, dass wir auch wieder eine normale, in Anführungsstrichen, Plenarwoche haben, weil die letzten Wochen waren die Zeit der Exekutive. Das ist auch überhaupt nicht zu kritisieren. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass das Parlament vollumfänglich arbeitet, dass das Parlament vollumfänglich die Regierung kontrolliert, dass das Parlament Gesetze auf den Weg bringt und das auch gerade und ganz besonders in diesen Zeiten. Und das haben wir in dieser Woche vor. Wir werden uns in der Fraktionssitzung gleich über die allgemeine Corona-Lage unterhalten. Die Bundeskanzlerin wird sprechen und wir werden natürlich auch fragen, wie die Lockerungsstrategie aussieht, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Und auch wenn es nicht die primäre Zuständigkeit des Bundes ist, wie es mit der Beschulung weitergeht, weil das ist eine Sache, die an uns herangetragen wird, die vielen Eltern dann auch Sorgen macht. Beschulung auf der einen Seite und natürlich auch die Schließung von Kindertagesstätten. Wir werden diese Woche die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin haben. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung in dieser Situation abgibt, dass die Opposition dazu auch entsprechend Stellung nehmen kann, um auch einfach zu zeigen, dass das Parlament seine Arbeit auch in Zeiten von Corona entsprechend fortführt. Und wir werden Gesetze auf den Weg bringen. Ganz normal, nicht so wie in der letzten Woche, wo wir erste, zweite und dritte Lesung dann in einem Schnellverfahren gemacht haben, sondern wir werden erste Lesungen haben. Wir werden auch Gesetze, die nichts mit Corona zu tun haben, abschließen in zweiter und dritter Lesung. Die Ausschüsse in unterschiedlichen Formaten tagen. Die Arbeitsgruppen haben bei uns heute auch getagt. Wir werden am Mittwoch einen Koalitionsausschuss haben, wo wir uns natürlich auch über das Thema Corona unterhalten werden und wo wir uns auch über das Thema Europa und europäische Hilfen unterhalten werden. Wir werden in dieser Woche einen europäischen Rat haben. Und ich persönlich bin etwas traurig darüber, dass die große Solidarität, die wir von deutscher Seite in europäischen Fragen zeigen, Wir sind nicht nur der größte Nettozahler in der Europäischen Union, wir tragen die Hauptlast der Rettungspakete für den Euro, wir tragen die Hauptlast von Flucht und Migration, dass diese Solidarität, die wir zeigen, immer wieder infrage gestellt wird, weil es auch scheinbar teilweise hier in Deutschland so ist, dass nur derjenige ein guter Europäer ist, der einer Vergemeinschaftung von Schulden zustimmt. Und das ist nicht unsere Position. Wir helfen, wir werden auch mehr helfen als in der Vergangenheit. Wir haben vier Säulen, auf die die Hilfe aufbauen kann. Das ist der europäische Stabilisierungsmechanismus, der ESM, der genau dafür konzipiert worden ist. Das sind die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank, wo wir auch als Deutsche entsprechend höhere Garantien und Eigenkapitalanteile dann auch im Zweifel übernehmen werden, um das möglich zu machen. Das ist der Katastrophenartikel 122 in den europäischen Verträgen, der es uns ermöglicht, auch Hilfen für den Bereich Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit auch auszuzahlen an die Länder, die besonders betroffen sind. Und wir sind uns alle klar, dass die europäischen Haushalte in den nächsten Jahren anders aussehen werden und dass die europäischen Haushalte auch einen Teil ihrer Mittel dafür aufwenden werden, um die Folgen von Corona entsprechend zu beseitigen. Ich denke, das ist ein überzeugendes Paket. Das zeigt unsere Solidarität und deswegen stehen wir als Unionsfraktion auch auf der Seite von Europa. Und ansonsten ist es so, dass wir uns bemühen werden, dass wir dann auch die nächsten Plenarwochen entsprechend so vorbereiten, dass der Deutsche Bundestag auch weiter tagen kann. Wir haben uns bereits in der letzten Plenarwoche damit beschäftigt, dass wir digitale Formate auch möglich gemacht haben, zum Beispiel in den Ausschusssitzungen. Wir werden auch immer besser darin, die entsprechenden Abstandsvorschriften einzuhalten. Es entwickelt sich auch mittlerweile eine gewisse Routine. Und deswegen kann ich eins sagen, dass der Deutsche Bundestag auch unter der bestehenden Geschäftsordnung in den nächsten Wochen arbeitsfähig sein wird.